Server wechselt das Level. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Ach um, das geht schon. Das spült dein PC locker ab. Easy. Easy, ja. Das nächste Level wird bald für Sie zur Verfügung stehen. Lädt euch hier das nächste Level. Ach, jetzt lädt's. Fange Serverinformationen. Einsatzregeln. Ich hoffe, ich habe das richtig richtig ausgesprochen. Mehr Schlimmeru. Oh, der Supporter ist immer noch frei. Aber warum? Alles klar. Was? 90 geht jemand mit dir. Ist etwa schon Silvester? Was? Oh, oh, ach du Scheiße. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Die Chester auch tot. Die anderen beiden rum. Die, die sich hinten gleich verkenzert haben, überlegt. Ich glaube, wir wussten nicht, dass es beginnt. Ja, das wussten die auch. Es beginnt. Guck mal, der eine auf die Entfernung hat, äh, Entfernung hat er nicht. Oh, gut. Bül... Na, okay. Der Typ würde wahrscheinlich noch reißen. Ich glaube, ja, hundertprozent. Der... Ich gucke, mit diesen Booten sind die in Irak angelandet. Was sind die? Mit diesen Booten sind sie hier. In Irak hinget... Ingedüst. Wir flogen in den USA nach Irak mit dem Schlauchboot. Easy. Brauchen wir gar keinen Prinzip, dass der ist. Dieses Boot fährt mit Urin. Urin von Männern. Nein, dieses Boot fährt mit Uran. Uran aus hohexklusiven Brennstehen. Boah, das ist so ein Schlauchboot mit einem Atomreaktor. Ja, wenn... Wenn es dann so mit Atomkraft eingetrieben werden könnte, warum denn auch nicht Boote? Wie viele Schüsse habt ihr abgefeuert? Äh... Zwölf. 74. Äh, kann gerade nicht gucken, wo steht das. Links. Ah, 14. Okay. Ähm, ich verziehe mich direkt auf diesen MG-Turm. Ich flankier. Und zwar nach links. Ah, das macht so Spaß. Das ist auch die richtige Map für mich. Ich möchte dieses Inside-Browsing-Pflugabwehr geschützt hier haben. Von... Alter. Oh, der Drückungsfeuer. Oh, der Drückungsfeuer ist so cool. Du meinst, weil diese Brücke so ein Suizid-Klatsch ist? We're taking Alpha. We're taking Alpha. We're taking Alpha. Hey, House Assistant Alpha, why'd you stop it? Oben, 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 oben. Was? Oben, pass. Oh, der Drückungsfeuer ist echt drauf. Oh, Leute. Hey, ich hab 49 Schüsse abgefeuert, den Ruben 500. Das ist... ne krasse Map. Ja, das weiß. Da, 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 da. Herr Ruben, vor allem, du schießt, ne? Und die Schüsse gehen einfach mal überall. Haben wir nicht sagen, wo sie hin sollen. Ruben, Ruben könnte die ganze Brücke abdecken. Hopp. Dreh dich, komm, dreh dich, komm. Reggie, du bist hinter uns tätig? Ja, da kann ich nix machen, ich hab einen Sniper. Das ist schlecht. Wer ist denn da hier? Dat ist Grisly Dipper. Grisly Dipper wird da machen. Wenn mich hier mal entdecken könnte, so ein bisschen, mit ner BMG vielleicht. Oh. Du bist auch da, okay. Ich muss nachladen. Entschuldigung, kommt einer hoch oben. Oben, hinter dir. Ja, doch, aber ich hab grad TJ gedeckt. Aber TJ. Ich kann halt nicht aufstehen. Hey TJ, da fliegen ein paar Pfeile zu dir hoch. Ach Gott, ey, was war das denn laut für ne Aktion? Da ging ja ja nix mehr. Wie hast du das eigentlich da rüber geschafft? Äh, ich bin außen rum. Okay. Und irgendwie muss man ja den Point cap'n, ne? Naja, ich geb dir hier Unterstützungsfeuer. Okay. Alles klar, ich hab jetzt ne Polo-Direction genommen. Los, ich brauch halt einen, der hinter mir absteht. Das Problem ist halt ganz einfach. Hinter die Kone kann ich auch nicht aufpassen, weil da kommen so viele da an. Ja, BG. Ach du Scheiße. Alter, man. Oh mein Gott. Ich geh bei Wehöln in diesen Schützenraum, wo du eben hast. Also bei A, weil nicht, nicht bei W, sorry. Man, wie konnte man sich nur noch hinlegen? Zeitdienst. Ich hab Zeitge- oh man, deswegen bin ich jetzt tot. Boah, bin schon wieder da. Und das kann ja nicht sein. Diese Map ist halt für den Game-Modus halt nicht geschaffen. Aber es bockt sich, obwohl das komplett schwachsinnig ist, die irgendwas versuchen. Irgendwas zu spartieren. Das lustige ist halt, das lustige ist halt ganz einfach, das würde sogar passt hin, denn in solchen Gebieten sind halt wirklich so viele Taliban und zu wenig Soldaten, ne? Von... Nein. Ändern der auf normale Schwierigkeit, ja, oder? Ja? Äh, ich weiß gar nicht, welche Schwierigkeit das ist. Hä, warum sind wir denn jetzt hier? Äh, wir spawnen grad auf A. Ja. Weil die wahrscheinlich zu schlecht sind. Soll ich dir mal sagen, was das heißt? Das ist dafür, dass wir auf der Brücke sind, steht dafür, dass wir uns stürzen sollen. Wir müssen bei den irakischen Flugzeugtower rein. Ich brauch euch. Ja, ich komm. Ich muss, ich muss irgendwie nach oben. Okay, okay. Ich, ich hab's geschafft. Ich bin tot. Aber es wird ja eigentlich hinkommen, um diesen besetzten Gebieten. Ja, deswegen. Aber einerseits, ich glaub nicht, wenn da so ein MG-NAS bietet, dass den da alle... Ja, du, ich glaub, das ist denen scheißegal. Ich mein, die jagen sicher selber in die Luft. Da wird dir das relativ wenig interessieren, ob die gleich von einem MG-Media genägt werden. Die Kämpfer der... Die Kämpfer des IS tragen Bomben-Gürtel, äh, erne Front. Das macht gar keinen Unterschied. Ja, einer hat von uns einen RPG in der Hand. Er hat sich selbst gesprengt. Ja, hat er. Er hat es drauf. Im TJ ist der... Leer. Weißt du, was eigentlich ein guter Spielmodus wäre? In so einem Gebiet hast du so ein besetzten Tor und du musst einfach so lange übernehmen, wie es geht. Oder gibt's hier sowas? Oh Gott. Ein was? Lange übernehmen, wie es nur irgendwie möglich ist. So wie Waves, meinst du? Ja. Ich glaub, das gibt's sogar. Nein, ich hab' nicht mehr. Ich hab' nicht mehr. Und ich brauch' irgendwo ein MG-Media. Ich hab' nicht mehr. Ja, nein, nein, nein. Ich hab' nicht mehr. Ja, nein, nein, nein. Hä? Hä? Wie ist denn jetzt drauf hin? Nein, nein. Ja, scheiße. Ich... 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 Ich stotter schon. Zu viel Action? Zu wenig. Ich... 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 Wir nehmen Charlie. Hansi... So, nur paar Table Minigun wär hier toll in diesem Stirolof... Müssen zwei sechee... tragen, der eine trifft nicht so, der eine die Minigun, baut ihr denn auf und dann so ratatatatatatatat! B ist ja unter Attacke Bückt euch die Map auch so'n bisschen? Was? Bei mir bückt die Map Nee Also sie bückt hoch und runter Insel ist die Bug manchmal Du weißt einfach sofort wo du bist ne? Jetzt ist er tot Was? Da dein Gehr hatte ich mich aufrollen zu schicken Vielleicht mach ich auch einfach nur ne Feuerpause Wenn er überhitzt ne? Daran glaub ich nicht Feuerpause kennt er nicht Was? Es gibt sowas wie Feuerpause? Was? Es gibt sowas wie Feuerpause? Ja Was? Warteiligte Zettel Warteiligte Zettel Warteiligte Zettel Warum denn? Doch alles gut Jetzt müssen wir eigentlich nicht A cappen Ja Wenn man das sein dass du dir so ne Front aufbaust Wenn du die Waffen Caches zerstörst Wenn du die Waffen Caches zerstörst Weißt du wie ich das mein? Weil mittlerweile ist Bonn ja nicht hinter euch weil ihr die Waffen Hessen sich hier zerstört habt Ah ich kann jetzt eh nicht mehr mitspielen Warum? Ja ich bin hier gestorben Erst wenn ihr A erobert habt Ja dann kann ich auch erst wieder mitspielen Ich hab TJ zu Die hat gerauchgranaten Hier rein in diesen Maschinen Bunker Jetzt deine Waffe auflegen und dann feuern Das ist Chaos Jetzt deine Waffe auflegen und dann feuern Alpha ist hot! Alpha ist hot! Alpha ist hot! TJ rechts war dir! Ja 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 Wir haben gewonnen Boah leu Ah knatte Sache Alter Das war ne knatte Sache man Ah der hat drei Objekte Ja ich hab 22 Kills und nur zwei Tode und zwei Objekte Warum hat... ist so unfair Und dann ist unser Team blind und der Gegner ist hochblind Dann sieht keiner mehr wo er hinschießen kann Doch ins helles Licht Ja Da haben wir die Disco läuft wie das war wie zum Beispiel öfters ist es jetzt gebannt wie zum Beispiel die schon bis zum Beispiel dass die die